Musik 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 Der schön nachbau der precious metal Die Kugel sehr stark modifiziert hat Manche viele Kugel, der ist in der Luft Die Original-Dropäson von Tom Wittlitz Bei einem verkrankten Renault Air Race Die Ordnungmaschine gibt es leider aktuell nicht mehr Ich weiß nicht, ob es noch mal geht die Luft rund oder nicht Auf einem Tanzdorf vom Kussi Zum Wittlitz Air Race Ist das Original bei dem Kussdorf Ich weiß nicht genau warum Die Jungs haben da schon mal einen dicken Applaus Hannes Lundsberger, Markus Rummer Andreas Gietz und Thomas Kass Klasse Das sind überhaupt nie Besonders beim Zerstoff Auf Schwerdmachtur während der reißen Auf der zehn Sekunden Das ist ein Perspekt Achtung, die andere Schaufe Also es gibt eine áttliche Korklau-Kollehe Auch dieses Licht zu verachten Die gehen richtig gut die Muster ist Das hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn du den Kopf noch unter da fliegst, dass du den Kopf noch auf der Zelle hättest. Das heißt, bei stark und glattem hast du nicht das Problem dieser Kurs mit dem Kopf, weil sich das Leben ein gegenseitig aufhebt. Und es gibt die Beine, dass du den Kopf noch auf der Zelle hättest. Also, wir sind gut, wir sind gut. Ja, hier Andrea Spieks mit der Senga, die übrigens bei Kraft Models erhältlich als Aussatz und höchste Vorbedingungsgrad geht es in der Zeit am Markt. Ich glaube, ich habe mich bemerkt noch mal. Alles gemacht, um möglich zu sein. Jetzt haben wir wieder die zwei Körnerstrecken, Nicole Collabudo und Andrea Spieks auf der Senga. Gefolgt von unserem Freund aus Österreich, Tomas Grass. Der Kolber tut sehr, sehr gut an. Siehst du, wie auch nicht so? Schleckende. Nächster ist das. Gnieter Rhein-Schmühlig. Wir waren endlich. Hier ist es aber GoFast. Ja, gehört auf. Genau. Sie macht sich. So war Greek Race. Und GoFast ist ja auch das richtige Wort hier. Das zweite ist schon gut. Hier geht es einfach auch um die Temperatur und Motorlaufzeit. Da Sie ja beide elektrisch angefliegen sind. Sie haben sich aber wacher geschlagen. Sie sagen, ich stehe jetzt nichts mehr. Superhandel von Markus. Hüppelrund. Rollst du hinaus. Am Landescheinwerfer vorbei. – die Gäste, die Gäste. So. So. Da, noch eine Lüster an das Screw. Die Gäste. Das ist eben ein Neuron-Reforsitz. Ausgeschritten. Das ist ein Neuron-Reforsitz. Das ist ein Neuron-Reforsitz. Das ist ein Neuron-Reforsitz. Da kommt die erste Neuron-Reforsitz. Das ist ein Neuron-Reforsitz. Da hat das Liedwerk abgestellt. Ich weiß auch warum. Das macht er. Das ist eben- Da sind wir auch Inland. Der Wunder. Fahrwerk eingeklappt. Das ist eben die Bind-The-Pilence-area. Die Nemesis ist nach Abon. Einen Riesenapplaus für unser Ayr Race Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017